hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen sportvideo von mir heute mal nicht ganz so lang denn ich habe heute nicht ganz so viel zeit aber ein paar sachen zeige ich euch die ich letztes mal nicht gezeigt habe also wer lust hat hat umziehen wasser holen vielleicht wer welches hat dann wäre so ein band nicht schlecht ja wir haben heute ich habe auf jeden fall heute vor ein paar übungen mit dem band zu machen und ansonsten ja viel spaß ich habe wieder keine musik wird hinterher beim video schneiden mit musik unterlegt aber ich denke das ist auch in ordnung so also ich bin heute in meinem chaotischen arbeitszimmer denn schatze sitzt im wohnzimmer auf und sofort da ist es einfach am bequemsten und ich dachte für so eine kurze sport einheit schmeiße ihn heute nicht raus dafür war sein wintersport im wohnzimmer weiter gucken ja aufwärmen ist das übliche also auf jeden fall ich weiß gar nicht wie ich meine kamera anstellen soll bewegen erstmal ein bisschen marschieren und dann die arme gut mitnehmen nur damit man ein bisschen seinen puls hochtreibt wer mag kann natürlich auch laufen ich bin noch nicht ganz so weit laufen ist noch nicht so meins wegen gelenke und eben auch gewicht aber erstmal marschieren und dann ich mach mal die kamera auf die füße einmal ein bisschen weiter runter machen wir mal folgende übung nach vorne also v schritt und zurück zusammen auf und zu und auf und zu und ein bisschen in die knie gehen und die arme mitnehmen erstmal mit dem rechten fuß anfangen und den fuß wechseln mein teppich rutscht und wir ändern mal die arme wir machen wieder mit dem rechten fuß nach vorne auf und zu 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 und zu und auf und zu und wechseln wärmen gleich auch ein bisschen schulterhürtel auf und wieder marschieren und den teppich einmal zurecht rutschen ja und jetzt machen wir wieder den schritt zur seite seite und dran seite und ran und wir nehmen die schultern mit und etwas größer werden ellenbogen und den ganzen arm und den ganzen arm hier muss ich ein bisschen aufpassen da hängt eine lampe und wieder nur ellenbogen und die schultern und wir machen jetzt anstatt tap wieder mal die ferse zum po und der mark kann dabei tatsächlich auch mal nach vorne und zurück gehen und vor 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 und zurück nehmen wir mal das knie hoch und vor 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 und zurück zurück und das letzte mal und zurück und wieder marschieren tut mir leid ich muss heute die kamera weil so weit weg kann ich dich hier nicht weg stellen immer hoch und runter machen so wir bleiben stehen die füße ein bisschen auseinander und tief einatmen und ausatmen nochmal nochmal und wieder aus und nochmal und jetzt nach oben und oben bleiben und ziehen hier eine seite und die andere und noch einmal und das letzte mal lang machen und lang machen und ziehen und ziehen 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 und dann nach hinten wegern und dann auch ziehen und das letzte mal So, jetzt haben wir uns ein bisschen warm gemacht, wir bleiben oben erstmal und machen ein paar Übungen mit dem Band, bequem stehen, leicht auseinander die Füße, nicht durchdrücken, dann könnte einer auch ein bisschen in die Knie gehen und jetzt nehmen wir das Band hier um die Brust sozusagen und einfach nach vorne ziehen und überkreuzen und zurück und das wichtigste ist, Handgelenk nicht so, sondern bleibt gerade, das ist wichtig, nicht abknicken und ein weiter, hier eine Arm oben, andere oben und so im Wechsel, schön langsam, nicht zu schnell und das hat man nicht vergessen, ich kann selber nicht so lange bis jetzt die Übungen halten, deswegen 4-5 Mal für den Anfang sind auch vollkommen in Ordnung, genauso wie wir machen jetzt einen Arm unten, einmal oben und dann auch Ellenbogen so und Handgelenk gerade und auseinander ziehen, einfach nur auseinander ziehen, Atmen nicht vergessen und dann die Seite wechseln, der andere, der andere Arm geht hoch, andere, also wechseln, habt ihr schon verstanden, ne? und wieder hoch und runter auseinander ziehen ich bin froh, dass ich wenigstens ein paar Wiederholungen schaffe ist auch schon mal ganz gut länger kann ich leider immer noch nicht ja, und dann noch eine Übung auch für die Brustmuskeln, für die Schultern, Arme nach vorne auch hier, Handgelenk gerade ihr könnt auch, wenn ihr ein schwächeres Band habt, doppelt nehmen mein ist stark genug aber ihr darf hier, wenn ihr es locker haltet, nicht durchhängen, ne? und dann einfach ziehen, kurz halten und zurück ziehen, kurz halten und zurück und das auch fünf, sechs Mal für den Anfang man kann sich ja nachher steigern wenn wir ein paar Mal das schon gemacht haben so und wieder auslockern ja und dann kann man natürlich auch für die Beine die Bänder gut nehmen und zwar wie war das nochmal? ach so und dann runter drücken einfach mal hoch und dann band fest anspannen und runter drücken und dann und dann und dann und dann und dann einfach nur gut anspannen und dann ich habe jetzt meine Bänder hier in die Hände gewickelt damit es auch wirklich angespannt ist und dann runter drücken und dann wer solche Bänder hat, nimmt so eins oder ihr knotet und dann dieses Band ein bisschen zusammen und steigt mal da rein zack bleibt mal so stehen und dann einfach mal ein Bein zur Seite nicht weg kippen nicht zur Seite kippen ne einfach nur das Bein muss auch nicht zu hoch sein sondern nur ein bisschen dann trainiert ihr dann trainiert ihr die Seite hier vom Oberschenkel und dann die andere Seite gegenhalten Bauch anspannen damit ihr nicht weg kippt so und das kann man auch für den inneren machen Oberschenkel indem ihr auf das eine Ende von diesem zugeknoterten Band euch drauf stellt hier die Ferse nach außen drehen und dann nur hoch hoch dann trainiert ihr den Innenschenkel und dann genau das gleiche zur anderen Seite hier drauf stehen Fersen nach vorne und dann los geht's so wieder mal auseinander knoten das brauchen wir gleich nämlich unten na komm so jetzt gehen wir auf den Fußboden so jetzt machen wir erstmal unten ein paar Bauchübungen und dann Rücken Rücken muss jedes Mal dabei sein erstmal wieder hinlegen und einmal kurz lang machen das ist ja nicht ohne ich merke tatsächlich meine Wirbelsäule wie sie sich gerade macht und dann nehmen wir wieder mal das Band und machen um die Füße dran hier festhalten und dann einfach mal abwechselnd lang den Oberkörper leicht anheben wir können aber nicht den Kopf abknicken sondern der Blick geht auch hier wie letztes Mal nach oben und ihr könnt das auch ohne Band machen logischerweise mit Band ist es nur etwas anstrengender Atmen nicht vergessen und das letzte Mal und jetzt nicht auf einmal so loslassen ne tut weh jetzt die ganz normalen Sit-ups Hände hinten am Kopf und dann wieder auch hier Platz zwischen Kinn und Brust nach oben gucken und los geht's Atmen nicht vergessen Ellbogen gucken nach außen wenn wir schon hier auf dem Boden liegen nehmen wir wieder das Band entweder doppelt oder einfach mal so über der Brust auch hier Handgelenke gerade und ziehen zu einem U und wieder hoch Bauch einziehen Putz und Felt wird fest Pause und asp wir Goodness ich So und jetzt machen wir ein paar Übungen weiter für den Rücken, Füße aufstellen, Kiste hoch, Hohwacken anspannen, das habt ihr schon letztes Mal gesehen, einfach nur runter und hoch und jedes Mal wenn ihr hoch geht Hohwacken zusammenschneiden. Wer will kann sich was schweres noch irgendwie so was weiß ich 1-2 Kilo diese Gewichtswandschätten auf den Bauch legen, wenn wir schon trainieren, dann machen wir alles, Beine, Bauch, Po, Rücken, jetzt oben bleiben und halten, wer mag kann einen Fuß dazu nehmen, also ein Bein lang machen, kurz halten, dann die andere Seite und runter. Jetzt müssen wir die Muskeln auch dehnen, also ein Bein hoch auf, erstmal so ziehen, weil wer das intensiver machen will, Fuß auf Knie und dann so hoch ziehen und dann die Seite wechseln und jetzt könnt ihr auch schon Beine nach rechts, Arme nach links und wir gucken ein bisschen den Armen hinterher, auch ein bisschen die seitlichen Muskeln hier dehnen, ruhig tief ein- und ausatmen und die Seite wechseln. So und jetzt gehen wir einmal auf den Bauch und machen eine oder zwei Gebunden noch für den Rücken aus der Bauchlage. Das kennt ihr aber schon, wir bleiben auch hier in Verlängerung der Wirbelsäule, den Kopf nicht nach oben, sondern gerade halten, Arme, Beine lang und dann abwechselnd rechts und links hoch und links und rechts. Und jetzt beides gleichzeitig Arme und Beine hoch und kurz halten. Und wieder runter. Und dann nochmal. Und runter. Und noch einmal. Und runter. Und noch einmal. Und runter. Und noch einmal. Und rund. Und jetzt machen wir Katzenbuckel. Und jetzt machen wir Katzenbuckel. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. Und dann dehnt auch hier noch schön. Und dann hängend auch. Und dann hängend auch. Das ist auch gut, wenn man hier den Bauch hängen lässt, die das auch vorher ein bisschen. Wir haben hier ein paar Bauchübungen gemacht. Jetzt setzen wir wieder hin. Ein Bein nach vorne. Das andere nach hinten. Das habe ich letztes Mal auch schon gezeigt. Fuß in die Hand. Und wir dehnen hier den Hüftbeuger. Fuß in die Ferse zum Po. Und ein bisschen halten. Den vorderen Oberschenkel. Und damit auch noch. Und die Seite wechseln. So. Und jetzt Fuß an Fuß. Und die Beine mit den Ellenbogen oder mit den Händen. Am besten mache ich das immer mit den Ellenbogen. Versuchen auseinander zu drücken. Also die Knie weiter runter. Damit dehnen wir die Innenschenkel. Und auch den Hüftbeuger. Wer kann oder mag, kann auch ein bisschen nach vorne kommen. So. Und dann machen wir die Beine lang. Fassen die Fußspitzen an und ziehen sie ein bisschen zu uns. Damit hier hinten die Dehnung entsteht. Die Dehnung ist super wichtig. Das habe ich schon häufiger gesagt. Deswegen machen wir jetzt Beine locker. Beine locker, wie man so mag. Ein Arm vor der Brust. Und dann hier am Oberarm ein bisschen ziehen. Kopf gerade. Damit in der Schulter hier. Und Oberarm die Dehnung zu spüren ist. Atme nicht vergessen. Und dann wechseln. Jetzt gehen wir hoch mit dem Arm. Hand zwischen die Schulterblätter und am Ellenbogen ein bisschen nachziehen. Damit dehnen wir den Trizeps. Und wechseln. Und locker. Schultern kreisen. Auch nach vorne. Und jetzt die letzte Dehnung. Hier die Seiten am Nacken. Nicht Schultern zum Ohr umgekehrt. Und mit der anderen Seite nachziehen. Wer mag, kann auch den Kopf ein bisschen mit der anderen Hand nachziehen. Muss man aber nicht. Tief aus und einatmen. Und die Seite wechseln. Die Schultern noch einmal kreisen. Tief Luft holen. Und ausatmen. Ein Arm hoch. Dann runter. Und sich auf die Schulter knuschen. Gut gemacht. Ein bisschen Spaß muss auch sein. Heute war das nicht ganz so lang. Weil, ja, jede Menge zu tun noch. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Wer mag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschödelü.